Die Nasenkorrektor ohne OP, das ist nicht nur bei normalen Patienten, auch bei Patientinnen, die auch selber der ärztlichen Kunst fähig sind, bei uns sehr gefragt. Das heißt, sie kommen zu uns und wollen dann diese Behandlung in der Art und Weise haben. Das ist mal eine Kollegin hier, die das Ganze auch gerne bei sich durchgeführt haben möchte, auf eine natürliche Art und Weise und das, denke ich, haben wir auch gut hinbekommen. Sie ist glücklich, wir sind glücklich und wir hoffen natürlich auch, dass unsere Zuschauer hierbei einen ersten Eindruck gewinnen können.